Ich bin aber gespannt. Jetzt aber nichts wie hoch. Eure Arbeit ist getan, Agent. Nemro hat sich bereits an imperiale Botschaften gewandt, um mit uns Beziehungen aufzunehmen. In nicht mal einem Monat wird er uns aus der Hand fressen. Kurzfristig werden sich unsere Vorräte an Chemikalien und Stimulanzen beinahe verdoppeln. Langfristig kommen wir der imperialen Kontrolle über Huttar einen Schritt näher. Ich werde bald meinen vollständigen Bericht für Darth Jadus einreichen. Er wird sicherlich sehr zufrieden mit unserer Arbeit sein. Angenommen, er ist zufrieden. Bedeutet das, dass sich Jadus aus unseren Sachen raushalten wird? Da möchte ich noch keine Vermutungen anstellen. Außerdem ist das nicht unsere Angelegenheit. Eure Mission ist damit beendet. In Jiguna wartet eine Fähre auf euch. Sie wird euch nach Drom und Kars bringen. Sobald ihr dort angekommen seid, meldet euch in der Zentrale des imperialen Geheimdienstes in der Zitadelle. Dort findet unsere Wachbesprechung statt. Verstanden und bestätigt. Kalio, ihr werdet euch auch auf Drom und Kars melden. Ich nehme an, dass Nimro sich nicht über euer plötzliches Verschwinden wundern wird. Er wird es nicht gerne hören. Aber niemand wird sich wundern, wenn ich mit der Klinge fortgehe. Und er ist bestimmt nicht euer erster Arbeitgeber, den ihr im Stich lasst. Auf jeden Fall rechne ich damit, euch beide bald zu sehen. Wir sind auf dem Weg. Wir müssen also zum Raumhafen hin. Das ist unsere nächste Aufgabe. Ähm, wartet mal Leute. Ich hole mal kurz den Kaffee. Ich bin gleich wieder bei euch. Nur eine Sekunde. So, da bin ich wieder. Auf geht's zum Raumhafen. Ja, so ein Kaffee am Morgen vertreibt Kummer und Sorgen. Guck mal, das reimt sich sogar. Da kann das ja gut sein. Hehehehe. Jetzt aber nichts wie hoch. So. Soll ich mit jemandem reden? Warte. Schlechte Nachricht. Wieso? Schlechte was? Wie schlecht ist sehr schlecht. Oh, oh. Das ist sehr schlecht. Ihr habt gesagt, die echte Klinge ist weit weg. Was hat er herausgefunden? Ich weiß den Ratschlag zu schätzen. Ich weiß den Ratschlag zu schätzen. Die echte Klinge ist auf dem Weg hierher. Weiß wahrscheinlich, was ihr ahnt. Vermutlich den Typen. Könnt ihr uns daran erinnern, wenn wir damals Kohle gegeben haben. Ganz am Anfang. Vor zwei, drei Folgen. In der ersten Folge. Dass der uns vielleicht verraten hat. Das ist natürlich, ähm... Könnte möglich sein. Ha. Ja, dann müssen wir mal gucken, was wir jetzt mit der echten Klinge machen. Die rote Klinge. Da ist die echte rote Klinge. Fetzt aber nichts wie hoch. So, so. Ihr habt also meine Männer getötet. Der Heuchler, der die Klinge sein will. Ich bin kein Heuchler. Ich habe mir meinen Titel verdient. Glaubt ihr, das ist ein Scherz? Ich bin die rote Klinge. Worm. Die wahre rote Klinge. Und ihr bekommt noch eine Chance, euch zu erklären, bevor ich euren Schädel durchbohre. Beweis, dass ihr die wahre Klinge seid. Dann reden wir. Ha. Ihr habt Mut. Zu schade, dass ich euch töten muss. Die rote Klinge, ey. Die rote Klinge, ey. Die rote Klinge, die rote Klinge, ey. Ah, gib nicht Schapt. Verdammt. Ihr seid. Ja, da haben wir tatsächlich erledigt. So, irgendwo... Gegenstandsmodifikation. Wurde mal, wo ist die? Die müssen eigentlich hier draußen irgendwo sein, oder nicht? Ja, die ist da draußen. Da sind wir auf jeden Fall noch mit, weil dann kriegen wir noch was für unsere Waffe. Ja, jetzt kann keiner mehr herausfinden, dass wir nicht die rote Klinge sind. Haha. Wo ist denn das Ding jetzt hier? Wird er mal ein bisschen Gas geben. Ganz schön weit weg. Hier. Genau das wollte ich noch haben. Ich habe mal eine Waffe bekommen. Mal gucken, wie die aussieht. Ja, ganz nett, ne? Aber, den nehmen wir natürlich nicht. Aber ich will jetzt mal was ausbauen. Ach. Was ausbauen. So, den laufen wir raus. Na. Jetzt bauen wir die Sachen in meiner Waffe ein. So, sehr schön. Sehr fein. Da wir aus Level 10 sind, können wir jetzt noch Gleiter lernen, dass wir mit einem Gleiter fliegen können. Das machen wir auch mal ganz schnell noch eben hier. Ich kenne alle Tricks und Schliche. Sehr schön. Danke. Raubt niemandem. Nein, das tun wir nicht. So. Also, unser Hauptleiter wird werden. Wo habe ich das schöne Ding jetzt hier versteckt? Wo ist er da? Der hier. Den stellen wir mal hier hin. Da. Den werde ich dann auch in der Beschreibung dann euch erklären. Also, beziehungsweise, ähm, aufschreiben. Na, damit ihr wisst, mit welchen ich hier fahre, fliege, tue, mache. Sieht doch cool aus für Naggetten, finde ich. Und jetzt geht's zur Imperieren Flotte. Auf Wiedersehen, Hotta. So, wir sind auf der Flotte. Das ist viel Kerl hier. Warte mal, was geben wir hier? Warte, geben wir mal das jetzt hier. Ja. Zack. Kriegst du das angezogen? So, 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 so. Ja, sieht doch gleich schon viel besser aus. Sehr schön. So, das packen wir nochmal da. Dann mal los. Ich will gut aussehen. So, wir sind jetzt auf der Imperieren Flotte. Ich will erstmal jetzt losgehen. Ich mach erstmal kurz die Aufnahme kurz unterbrechen. Und erst einmal eben die ganzen Lehrberufe lernen, was ich haben möchte. Und so weiter und so weiter. Weil, äh, das so rumklickern, das ist ja langweilig. Und, ähm, ich werde mich dann vor der Fähre zu Drum und Kars, würde ich mich dann wohl ja, ja, euch einfinden. Ich bin wieder da. Also, bis gleich ist für euch ja nur eine Sekunde. Nein, für mich sind es wahrscheinlich jetzt 10 Minuten. Hahaha. Ungefähr. Bis gleich. So, alles erledigt. Dann bin ich wieder. Und, äh, ich würde sagen, jetzt geht's zu, ja, genau, Drum und Kars. Jetzt aber nichts wie hoch. So, das muss auf jeden Fall die Fähre sein. Noch haben wir kein eigenes Raumschiff. Das bekommen wir erst, wenn wir, äh, Drum und Kars alles abgeschlossen haben. Und weiter müssen. Sehr fein. Warte mal im Aufsaddeln. Wir müssen, glaube ich, da lang. Ich bin echt erstaunt, wie sauber eure Raumhäfen sind. Auf Hutta müsste ich mir ständig Schmiere von den Stiefeln putzen. Allerdings könnte ich auf Hutta auch nicht in den Knast wandern, nur weil ich in die falsche Richtung spucke. Und, Agent, werdet ihr mich jetzt auf dem imperialen Heimatplaneten willkommen heißen? Ich bin überrascht, dass ihr noch nie hier wart. Ich meide den imperialen Raum. Ich will bei einer Prügelei in einer Kantina draufgehen, nicht beim Zank mit irgendeinem Bürokraten. Also, gehen wir in die Stadt. Der Aufseher will uns in der Zitadelle sehen. Ich wette, dies nicht schwer zu finden. Also dann, gehen wir. Aber klar doch. Klar, Leo. Ah, ich könnte es ja manchmal nicht. Dann mal los. Ich will gut aussehen. So, erstmal aufsaddeln. Raumhafen-Gleiter und wir müssen zur Zitadelle. Zitadelle ist da. Aber wir fliegen dahin. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Jetzt werdet ihr sagen, hä? Warum, was denn? Tja, das hat seinen Grund. Werde ich gleich sehen. Ich wollte mal ein paar Umsonstpunkte mitnehmen. Auch wenn es nicht viel ist, aber... Ne? Geschenk und Gaul guckt man nicht ins Maul. Oder wie war das noch gewesen? Ah, jetzt mal einen Schluck Kaffee trinken. Unterwegs geht das immer ganz gut. Oder wie gambische dresset ist, wie was denn das alles Connect Oder wie wäre das jetzt nicht? Als ob uns nicht mehr ist, ist es ein siegerät. Er drepte another- Und wohnt. Also geht es jetzt mal nach hinten. Untertitelung des ZDF, 2020 Guckt an, wo wir sind. Die Mangaloreanische Enklave. Da wollte ich jetzt erstmal hin. Erstmal gibt es einen Kodex-Antrag dafür, dass wir jetzt hier sind. Das ist doch schon was Feines. Das gab es erstmal ein paar Punkte und... So, warte mal, wo war es noch gewesen? Ich glaube ich um die Ecke, ne? Hier. Genau hier. Ja, 1480 Punkte für... Umdannst. Das ist doch was Feines. Auch Kleinvieh macht Dreck. So. Jetzt düsen wir erstmal hier durch. Ah, wir müssen aber auf die ganz andere Seite. Stimmt, wir müssen nicht in die Mitte. Sondern wir müssen ganz rechts hin. Also ganz durchfliegen jetzt. Egal. Was wollen die nur von uns? Aber jetzt sind wir genau da, wo wir hin müssen. Mit dem Faschgelenk? Derselbe der vorsichtshalber ein Spürgerät mit in den Karton gelegt hat. Ne, das wäre falsch. Wir müssen zusammen zulaufen. Seht ihr das? Ganz im Zuge. Also hier ganz lang. Ihr beide werdet immer besser. Da muss man. Das ist nicht euer Gebiet, Aufseher. Es ist meins. Das war es schon immer. Natürlich, mein Lord. Was ihr hier aufgebaut habt, was ihr zu beherrschen wünscht, es kann so leicht zerfallen wie ein menschliches Leben. Erst vor einer Stunde fiel der Geheimdienstminister vor mir auf die Knie und weinte. Das würdet auch ihr tun, wenn es euch nicht beschämen würde. Ihr macht eure Unzufriedenheit deutlich, mein Lord. Ich werde dem entgegenwirken. Doch nun muss ich euch demütigst bitten, zu gehen. Diese Leute leiden unter eurer Gegenwart. Ich werde mein Gebiet erst verlassen, wenn es mir passt, Aufseher. Ihr da, Agent. Ihr wurdet nach Hutta geschickt. Ist es nicht so? Was spielt sich hier ab? Ich bin Darth Yardus. Ihr habt mir in der Angelegenheit mit Nemro gut gedient. Und das werdet ihr wieder tun. Wie genau meint ihr das? Mit der Zeit wird euch alles klar werden. Aufseher, ihr werdet diesen hier einsetzen. Er wird meinen Auftrag wie befohlen durchführen. Er ist fähig, mein Lord. Aber ihm fehlt die Erfahrung. Ein erfahrenerer Agent... Meine Entscheidung ist gefallen. Ich will, dass die Angelegenheit geklärt wird, bevor ich Drohm und Kahrs verlasse. Sorg dafür, dass mein Wille geschieht. Nun gut. Ich werde mich darum kümmern. Gratuliere, Agent. Ihr habt den Rat der Sith zum Freund. Ich beneide euch nicht darum. Glaubt mir, Sir. Das war nicht mein Wunsch. Das kann ich mir vorstellen. Aber wir können nichts daran ändern. Ich will, dass ihr euch schnellstens vorbereitet. Holt eure Ausrüstung aus den Spinden und kommt dann in mein Büro. Nach der Nachbesprechung reden wir dann über euren nächsten Auftrag. Also, der da ist das mir jetzt schon unheimlich. Wer weiß, was da noch passiert, ob uns zukommt.